Dies ist eine absolute Aussage, an der nichts zu rütteln ist. Der Satzbau, der Zusammenhang und das einleitende Wort men, also wer oder wer auch immer, zeigen, dass dies eine allgemeine Aussage ist. In diesem Vers ist nichts Verhülltes oder nichts Unverständliches. Auch ist das Urteil bzw. die Aussage dieses Verses weder auf eine Zeit noch auf einen Platz begrenzt. Jeder, welcher Generation und welcher Nation er auch immer angehört, der nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, wird in diesem allgemeinen Urteil dieses Verses einbezogen. Denn jeder, der nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, der leugnet Allahs Gottheit und lehnt diese ab. Denn zur Göttlichkeit gehört das Vorrecht der richterlichen Gesetzgebung. Er lehnt somit zum einen Allahs Göttlichkeit und Rechte ab und zum anderen schreibt er diese sich selbst zu. Wenn nicht dieses, was soll denn sonst Kuffer sein? Über dieses absolute Urteil, Demagogie zu betreiben, ist in Wirklichkeit nicht anderes, als vor der Wahrheit zu flüchten. Der Versuch, einen Vers mit solch klarem Urteil zu erläutern oder auszulegen, ist in Wahrheit nichts anderes, als der Versuch, diesen Vers zu ändern. Aber alle Demagogie und Erläuterung bzw. Auslegungsversuchen dieses Verses ändern das Urteil dieses Verses nicht. Wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, das sind fürwahr die Ungläubigen.